ja meine lieben heute geht es um einen stoff von dem ein jeder oder vor dem ein jeder aufschreckt wenn er oder sie eben davon hört da ist ja oxalsäure drinnen das ist ja gar nicht gesund ist immer wieder zu hören oder eben auch in den kommentaren zu lesen genau es geht in diesem video um die oxalsäure welche jetzt wohl nicht wirklich gesund ist und ihr für die nieren schädlich als eben gesundheitsförderlich aber was das ja ganz was das jetzt ganz genau ist wie gefährlich im die oxalsäure sein kann ob es unterschiede gibt und wo viel und wo weniger oxalsäure in den nahrungsmitteln vorhanden ist oder sprechen wir wie du ja weißt immer wieder nach dem intro aber vorerst schauen wir uns einfach mal ein paar fakten an grundsätzlich oxalsäure und oxalate werden durch die nahrung aufgenommen und entstehen als stoffwechselprodukt beim abbau von aminosäuren und ascarpinsäure die ausscheidung erfolgt über den urin je nach nahrung stammen fünf bis 50 prozent der am hahn ausgeschiedenen oxalsäure aus der nahrung wenn innerhalb von 24 stunden mehr als 45 milligramm ausgeschieden wird so spricht man von einer hyper oxalorie damit steigt das von schwerlöslichen kalzium oxalat in form von nierensteinen an oxalsäure ist in höherer konzentration gesundheitsschädlich und kommt in lebensmitteln wie tee insbesondere schwarzer tee und pfefferminztee und in wurzeln und rinden zahlreicher pflanzen als unlösliches kalzium oxalat vor kalzium oxalat entsteht in der natur häufig beim absterben von pflanzenzellen somit kann man sich gut vorstellen dass eben umso älter das gemüse ist umso mehr oxalsäure ist eben dann vorhanden nierensteine bestehen meist aus kalzium oxalat und eben auch harnsäure die steinbildung wird aber durch zitronensäure welche in früchten vorkommt verhindert 600 milligramm oxalsäure pro kilogramm körpergewicht also bei mir wären das dann grob gerechnet 60.000 milligramm pro 100 kilogramm körpermasse diese wären für den organismus tödlich das ist aber eine ziemlich ziemlich große menge ja mein lieben das ist nicht ganz so unproblematisch mit der oxalsäure die oxalsäure sorgt auch dafür dass in dem gewebebereich wo sie eben ist kalzium abgebaut wird was natürlich auch kein vorteil ist und gesundheitsproblematisch sein kann weil natürlich kalzium hier dann im organismus abgeht und jetzt nicht nur angst zu spüren unterscheiden wir für das erste einmal grundsätzlich müssen wir zwischen reiner oxalsäure und der oxalsäure welche eben in der nahrung in den nahrungsmitteln eben als oxalat verbindungen vorkommen und eben chemisch gesehen salze sind da müssen wir zuerst einfach mal unterscheiden weil reine oxalsäure ist natürlich hoch toxisch und bei einer menge in dem falle von fünf bis 15 gramm also bei reiner oxalsäure tödlicher mit der oxalsäure in den nahrungsmitteln sieht es gott sei dank natürlich wesentlich anders aus vor allem kalzium bindet ja die oxalsäure und macht diese dann wesentlich weniger schädlich weiter unterscheidet man auch in wasserlösliche und in wasser unlösliche oxalat salzen ja die wasserlöslichen werden über den nieren ausgeschieden und können hier zum beispiel wie mit rhabarber oder spinat aufgenommen in den nieren eben die nieren stein die nieren stein bildung eben fördern die wasser unlöslichen wie zum beispiel eben im amaranth enthalten sind für den nieren weitgehend unschädlich da sie ja über den darm ausgeschieden werden können ja der kalziumgehalt im amaranth sorgt einfach dafür dass sich eben die oxalsäure und circa zwei drittel vermindert ja mein lieben dann die oxalsäure stark von der menge eben an kalzium abhängig ist wird der schädigungsgrad im milligramm oxalsäure im verhältnis von der oxalsäure und dem kalzium gemessen da wir ja jetzt wissen kalzium die säure und die säure da eben kalzium die säure bindet also die oxalsäure bindet und um circa zwei drittel vermindert grundsätzlich gilt eben eine oxalsäure konzentration von 10 milligramm auf 100 gramm nahrungsmittel als unbedenklich und ab 50 milligramm auf 100 gramm nahrungsmittel wird es eben schädlich und dazwischen ist eben zwischen 10 und 50 milligramm ist eben der grau bereich naja ist halt so ja meine lieben ich blende euch hier eine webseite ein wo ihr eine tabelle einsehen könnt wo viele viele nahrungsmittel vor allem eben pflanzliche nahrungsmittel mit der höhe der oxalsäure eben abgebildet sind hier einfach mal nur ein paar beispiele damit ihr hier gleich mal sehen könnt wo es in welche richtung ist ungefähr gehen kann ja der rhabarber zum beispiel roh verzehrt hat 800 milligramm auf 100 gramm rhabarber im vergleich gedünstet ist schon wesentlich weniger 260 milligramm oxalsäure eben auf 100 gramm weiter spinat 1260 milligramm oxalsäure auf 100 gramm rote beete ein bisschen weniger 275 milligramm auf 100 gramm ist aber auch nicht so wenig im vergleich dazu der staudensellerie wo ja viele anfragen gekommen sind zu meinen staudensellerie videos oder ist ja so viel oxalsäure drinnen nein im vergleich zur rote beete spinat und so weiter und so fort die staudensellerie ja fast gar nichts also hier sind es bis maximal 19 milligramm also das ist da nicht wirklich so wahnsinnig viel schwarzer dem vergleich wiederum bis zu 1200 milligramm oxalsäure auf 100 gramm natürlich nehmen wir nicht so wahnsinnig viel tee auf ist auch klar kaukau an die 900 milligramm petersilie 170 milligramm auch nicht zu wenig dagegen der grüne solar salat wieder fast gar nichts 15 milligramm die hochgepriesene süßkartoffel hat über 500 milligramm oxalat und süßkartoffeln sind ja auch von der menge her schon relativ viel mann gold 60 650 milligramm und mann und 460 milligramm ja mein lieben wie gesagt ab 50 milligramm auf 100 gramm vom lebensmittel wird es eben gesundheitsschädlich also da sind schon einige nahrungsmittel dabei wo man sich wirklich überlegen sollte wie viel man davon ist ja grundsätzlich sollte man den kalzium den kalziumbedarf bei stark oxal oxalsäurehaltigen nahrungsmitteln erhöhen wenn man eben erhöhten eisenbedarf kalzium und magnesium bedarf hat dann besonders auch darauf achten wenig oxalsäure zu sich zu nehmen da eben die oxalsäure die bio verfügbarkeit der mineralstoffe sehr sehr stark beeinträchtigt das heißt dann kommen natürlich die mineralstoffe nicht daran wo sie hin sollen ja wie bei rhabarber schon gesagt ist der oxalat gehalt bei gedünsteten rhabarber ungefähr ein drittel im vergleich zu rohem ja also liegt es in dem falle nahe dass eben stark oxalathaltige pflanzen vielleicht doch eher gekocht werden sollten als ihm roh gegessen oder in den smoothie mixer mit hineingegeben dabei ist natürlich wichtig beim kochen das kochwasser in dem falle nicht mit zu essen weil sich natürlich die oxalsäure im wasser eben dann befindet also zum abschluss dieses videos noch einmal ganz ganz wichtig nahrungsmittel mit hohem oxalat anteil lieber dünsten und kochen viel wasser dazu trinken damit eben alles gut durchgeschehen wird dass sich eben die säure nicht in den nieren also sie ablagern kann den kalzium anteil erhöhen damit eben die oxalsäure gebunden wird und ausgeschieden werden kann ballaststoffreiche ernährung damit eben auch der darm nicht allzu viel aufnehmen kann und eben auch schauen dass die darmflora passt weil nämlich einige bakterien die oxalsäure eben auch abbauen können ist es eben wichtig hier auf eine gesunde darmflora zu achten ja meine lieben ich denke das wichtigste über die oxalsäure ist jetzt einfach mal gesagt ein gewisses maß an information und die menge machen es in dem falle auf jeden fall mal aus was und wie man eben die nahrung vor allem pflanzliche nahrung zu sich nehmen kann noch kurz erwähnt im fleisch milchprodukten ist kaum oxalsäure vorhanden ja es ist in erster linie eben in der pflanzlichen nahrung drinnen in dem sinne bleibt mir oder werdet gesund weil das ist das wichtigste lasst mir einen oder mehrere daumen hoch da schreibt mir eure meinung natürlich in die kommentare wie immer und besucht auch meine seite bewusst gesund geosix lebensmut art ihr wisst ihr da gibt es noch viele weitere informationen und eben auch empfohlene produkte von mir ja und wer mich unterstützen möchte was sich vor allem auch finanziell sehr sehr gut gebrauchen könnte meine lieben der darf das gerne tun ich freue mich wahnsinnig darüber der spenden button ist in der infobox und ich kann euch nur noch sagen alles alles liebe bis zum nächsten video ich habe ich lieb wir sehen uns beim nächsten video papa tschau tschüss und servus euer guio